KTM 93 Duke. Wird das Skalpell der A2-Klasse auch so ein messerscharfes Handling, wie ihre Modellschwestern abliefern? Na finden wir es raus! KTM 93 Duke. Wird das Skalpell der A2-Klasse-Klasse. Ich grüße euch hier aus Spanien, in der Nähe von Barcelona. Etwas nördlich sind wir hier. Wunderschön haben wir es da. Die Brücke, wo ich leider den Namen nicht aussprechen kann, ist deswegen auch nicht versuchen wert. Aber wir haben uns hier heute schon den ganzen Tag gespielt auf wirklich engen, verwinkelten Straßen. Mal mit gutem Asphalt, mal mit schlechterem Asphalt. Und die Gegend ist absolut traumhaft mit steilen Steinklippen. Also wirklich, wirklich ein Traum. Aber nicht nur die Landschaft war ein Traum, sondern wir haben auch ziemlich labernde Bikes mit gehabt. Die größere 890 Duke und eben hier auch die 93 Duke. Die 93 Duke ist eine richtige Duke. Was heißt mit richtiger Duke? Sie hat die typischen Stärken einer Duke, nämlich ein niedriges Gewicht von hier 150 Kilogramm, eine schmale Teile. Man sitzt sehr gut drauf, auch mit größeren Körpermaßen. Ich bin 1,85 und das war kein Problem. Wenn wir gleich mal am Anfang die Sitzprobe machen, dann selbst ich und selbst der Valentin, der dann auch noch zu Wort kommen wird, der noch ein Stück größer ist als ich, haben hier keine Probleme, dass wir unser Knie schön unter dieser Auswölbung, unter der Verkleidung drunter bringen und somit einen guten Knieschluss haben. Wenn sich von euch wieder ausgehen mit der Duke-Reihe, dann werdet ihr bemerken, dass die technischen Daten sehr sehr ähnlich, wenn nicht fast schon ident, zur kleineren 125 Duke sind. Die Unterschiede sind fast nicht vorhanden, zum Beispiel haben wir nur eine 20mm größere Bremsscheibe vorne, aber Sitzhöhe ist gleich, hinten die Bremse ist gleich, das Fahrwerk ist von WP, ein WP Apex, vorne eine 43mm Upside-Down-Gabel, hinten WP Monoshock. Also wirklich sehr sehr ähnlich, auch die Sitzposition, das Display, das sehr schicke Display, wirklich state of the art muss man sagen, farbiges TFT ist, auch in der A2-Klasse noch keine Selbstverständlichkeit, also typische Duke. Was bei Dukes aber auch immer zu finden ist, ist ein sehr sportlicher Motor. Wir haben hier 44 PS, das heißt es reizt die Grenze der A2-Klasse nicht ganz aus, macht aber meiner Meinung nach nicht so viel, weil er wirklich gut am Gas hängt und schon mächtig Spaß macht. Gerade auf diesen verwinkelten Straßen, wie wir hier unterwegs waren, wenn man dann ein bisschen ausdrehen kann, dann merkt man, 44 PS sind eigentlich schon eine ziemlich gute Anzahl, um auf der Landstraße Spaß zu haben, ohne sofort in den schwerst illegalen Bereich zu kommen. Die 37 Nm Drehmoment haben noch ein schöner Punch aus der Mitte raus, das heißt man muss sie nicht immer komplett ausdrehen, auch schon mit der Mitte kann man sich schön flüssig von Radius zu Radius schwingen. Dieses von Radius zu Radius schwingen gelingt eben auch wegen der schmalen Teile und dem niedrigen Gewicht sehr sehr gut. Es ist aber nicht alles Eitelwonne, denn gerade wenn man sie vergleicht zu ihren Schwestern, eher entweder der kleineren 125er Duke oder der größeren 98 Duke, dann fallen doch kleine Schwachpunkte auf. Es ist so, dass die Gabel und die Bremsen ja quasi dent zu 125 Duke sind und eine der größten Stärken der 125 Duke ist das phänomenal eingestellte Fahrwerk und die wirklich sauber und bissig zugreifenden Bremsen. Das vermittelt Vertrauen, das braucht es auch um sportlich zu fahren und das wollen die Dukes. Die Dukes sind immer schon sportliche Radeln gewesen und dementsprechend braucht es ein sportlich aber gut abgestimmtes Fahrwerk und schön bissig feindosierbare Bremsen. Auf der 125 Duke funktionieren diese Komponenten einwandfrei, aber bei der 390 Duke könnten sie noch etwas mehr bis etwas mehr Sportlichkeit verwenden. Ich selber habe 75 Kilo circa, mal mehr mal weniger, aber man merkt einfach jetzt, wo mehr Power da ist, wo auch etwas mehr Gewicht da ist, dass dann doch das Fahrwerk hier und auch die Bremsen etwas zu schwach sind. Das Fahrwerk ist nicht ganz so schön hart, um auch beim Rausbeschleunigen nicht in die Knie zu gehen. Die Bremsen sind auch nicht so schön feindosierbar und haben ein bisschen einen schwammigeren Druckpunkt. Jetzt, das habe ich schon gespürt, aber der Valentin, der dann doch auch noch nicht so ein Lauch ist wie ich, das heißt, der hat das dann noch mehr erfahren, dass dann das Fahrwerk hier an die Grenzen gerät. Deswegen, komm mal her Valentin, Vorsicht, Abgrund, wir stehen hier am Limit, wie immer am Limit, bleibst gleich da. Erzähl einmal, dir ist es auch so gegangen, Erzähl mal, wie hast du das Fahren auf der 93 Duke empfunden? Ja, danke Gregor. Bevor ich auf meine Fahranträgen mit der 93 eingehe, muss ich dir nämlich berichtigen. A2-Klasse reizt die Duke 93 sehr wohl aus. Sie hat nämlich ein zu geringes Leistungsgewicht und die A2-Klasse ist ja auch am Leistungsgewicht beschränkt. 0,2 kW pro Kilogramm sind erlaubt und deswegen darf die Duke nur 44 besser, weil sie einfach zu leicht ist. Ja, siehst du, in Mathe war ich schon immer schlecht, deswegen, das geht mir nicht in den Kopf, aber du bist eh da viel besser in solchen Sachen, also okay. Hätten wir das auch geklärt? Fühlt sich auch nicht so schwach an, also das wollte ich eh schon vorher auch, habe ich so gemeint, die Duke ist absolut von der Leistung her sportlich und da hat man nie das Gefühl, na geh, die anderen zwei Motorräder sind aber sportlicher. Wir waren auf sehr engen Wegen heute unterwegs, Gregor schon sagt, manchmal schlechtere Straßen, manchmal bessere und da muss ich sagen, hat die Leistung vollkommen ausgereicht. Wir haben eben 44 Base und also, wenn man es darauf anlegt, geht das auch kurz aufs Hinterrad, aus der Kurve raus und das ist wirklich etwas, was man dem kleinen Team nicht zutraut. Umgekehrt ist es spielerischem Handling wirklich da, der 125er Duke viel ähnlicher als der 98 Duke, weil wir haben ja alle drei in den letzten drei Tagen bewegen dürfen und wirklich eine runde Sache. Der Motor hat genug Punch. Der Quickshifter, obwohl er leider nicht sehr ist, er kostet 244 Euro Aufpreis, aber dieses Hackerl bitte setzt, wenn ihr die Maschine kauft, funktioniert allererste Sahne. Das ist wirklich der Einzylinder, eigentlich jetzt der Motor, wo man denkt, das kann eigentlich schwierig sein, dass es da wirklich gut funktioniert, aber das ist wirklich, man kommt an am Schaltpedal und schon fetzt den nächsten Gang rein, ist meiner Meinung nach besser gelungen, als der deutlich teuren 890 Duke. So ist es wirklich ein Fun-Bike. Ich glaube mühelos ist das richtige Adjektiv für einen Quickshifter. Es wird einfach das sportliche Fahren noch müheloser. Er funktioniert super und so kann man einfach die Gänge durchnageln von Kurve zu Kurve und das ist einfach ein Sauspaß. Aber noch etwas spaßiges haben wir mit an Bord, oder? Der Supermotor ABS. Also ich bin jetzt drei Tage mit diesen Tux unterwegs und das Erste, was ich mache, wenn ich umsteige, das Allererste ist Supermotor ABS Modus 1 und dann wird man wieder zum Kind. Also ich habe eigentlich geglaubt, ich habe meine Pubertät hinter mir gelassen. Dem ist offensichtlich nicht so. Ich habe so eine Thermassonne Gaudi gehabt mit denen. Es war wirklich ein Fest und gerade bei den leichten, also 125 und 390, da ist einfach Hirn ausgeschalten leider manchmal, aber also bitte Sicherheitshinweis, bitte nur auf nicht öffentlichen Straßen machen. Okay, nach dieser Lobhudelei möchte ich jetzt aber auch auf die Sachen kommen, die mir bei der Duke nicht so getaugt haben. Das ist zum einen, der Gregor schon angesprochen, Fahrwerk und Bremse sind für die 125er optimal dimensioniert, auf der 93er etwas unterdimensioniert. Die 20mm vorne mehr Scheibendurchmesser helfen nur bedingt. Also vor allem, wenn die 98er vorfährt, da an den Bremspunkten dranbleiben und so, ist schwierig. Man kann es aber, da ist wieder ein Vorteil, durch die Linie wieder gut machen. Diese schmalen Reifen vorne und hinten erlauben eine enge Linienführung und das Kriptniveau ist überraschend gut, obwohl das jetzt kein besonders bekannter Reifen ist. Gregor, was ist das für Reifen drauf? Conti Motion 7. Okay, also ein Produkt zum Hause Conti, aber jetzt keins der Firstliner. Das kann nämlich die 125er Duke besser finden. Die hat nämlich den Michelin Road 5 aufgezogen und das ist wirklich ein Top Reifen. Wir haben uns heute den Spaß auch gemacht und sind zu zweit gefahren. Für mich war es ein Spaß, der Gregor hinten hat glaube ich geschwitzt, aber ist auch möglich mit dem Ding. Also sicher nicht jetzt eine lange Alpentour, aber so für die kurze Fahrt zum Eiskaffee oder auch kurze Strecke in der Stadt kann ich da vollkommen meinen Sanktus geben. Und Federvollspannung hinten ist ja einstellbar, das haben wir jetzt für die paar Meter, wo wir es ausprobiert haben, nicht gemacht, aber man hätte es schon noch ein bisschen stärker machen können, damit es nicht ganz so einsinkt hinten. Und man muss auch sagen, vermutlich sind wir doch dezent schwerer in der Kombination als die durchschnittlichen A2 Piloten. Aber auch für uns hat gepasst, hat gut funktioniert. Auch enge Kehren waren zu zweit, kein Problem. Also vielleicht eins noch zum Sound, weil der Motor prinzipiell mir taugt, der Sound ist jetzt nichts, was einem ins Herz fährt. Also da ist Schicht im Schacht, das ist ein Zylinder, der 370 Kubik hat. Es ist okay, es ist nicht laut und das finde ich eigentlich gut. Aber es gibt sicher andere Motorräder, die auf A2 drosselbar sind, die da vielleicht mehr Sound und mehr Charakter haben. Was viele Motorräder nicht haben, aber hier schon verbaut ist, sind die einstellbaren Hebeleien am Brems- und Kupplungshebel voll einstellbar. Ist immer eine feine Sache, weil eben dieses Bike sich auch an junge Leute richtet, aber auch groß und klein damit Spaß haben sollen und das vermittelt einfach Sicherheit und Vertrauen. Wenn man von der 125 Duke auf die 93 aufsteigt, dann fühlt man sich gleich wohl und hat einfach das idente Motorrad einfach mit mehr Punch und kann insofern, glaube ich, sehr leicht die nächsten Schritte zu einem besseren Motorrad werden machen. Ja und sportlich fahren geht, Alltagsfahrten gehen auch. Verbrauch ist okay, KTM gibt dann 3,42 Liter. Wir sind heute aber mit schon eher sportlicher Gangart, mit Bergen die ganze Zeit am Anrauchen, sind wir auf 4 Liter gekommen, was okay ist, dass das dann drüber liegt und auch zu zweit sind wir ja gefahren. Natürlich, es wird jetzt keinen Preis in Alltagstauglichkeit gewinnen. Es bleibt ein sportliches Motorrad und so möchte es auch am liebsten bewegt werden. Es geht aber voll in Ordnung. Was du noch gesagt hast, wo ich aufgreifen möchte ist, man fühlt sich wohl, wenn man von der 125er auf die 390er kommt, weil es ist ja quasi ident, es ist vertrautes Terrain würde ich sagen. Was wir aber noch klären wollen ist, ob der Aufstieg von 125 dann auf etwas Größeres, ob man da zu 390 greifen sollte oder vielleicht doch gleich einen Schritt weiter geht und sich die 98 Duke checkt in der L-Version. Das heißt in der Drosselbahn, auf 48 Pace Drosselbahn Version. Das gibt es dann in einem anderen Video. Ein kleiner Teaser hier voraus. Bleibt gespannt. Abonniert vielleicht den Kanal, damit ihr es auch ganz sicher nicht verpasst. Daumen hoch, bitte. Daumen hoch, bitte. Wir brauchen es für unser Ego, wie Danis immer sagt. Es freut uns. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es natürlich in die Kommentare. Schreibt es auch vielleicht einfach eure Meinung oder Erfahrungen, die ihr schon mit der Duke gesammelt habt. Und wir schwingen uns jetzt auf die letzten Meter, nochmal auf die herrlichen Dukes, fahren schon Richtung Barcelona zurück, denn leider ist naht der Zeitpunkt, wo wir die Motorradlern zurückgehen müssen. Ja, es ist eh traurig. Es werden drei traumhafte Tage, muss man sagen. Die Gegend, ich meine, ihr Sinn. In diesem Sinne, wir hoffen, dass wir nächstes Mal wieder bei so einem schönen Location sind. Wir hoffen auch, dass euch das Video gefallen hat und dass wir nächstes Mal wieder so leibende Radlern haben. In diesem Sinne, adios, amigos. Muchachos, adios.